Musik Ein herzliches Willkommen, wir sind beim Heiligen Abend. Wir sind bei Samstag, 24. Dezember mit Sonne und Mond im Steinbock. Traditionelles, pragmatisches, die Energien sind sehr harmonisch, sehr aufeinander abgestimmt und am Sonntag, dem ersten Weihnachtstag, haben wir ein Sextil zwischen Neptun und Merkur. Und gegen Viertel nach acht wechselt der Mond dann in den Wassermann. Da haben wir eine etwas selbstverwirklichende, aber auch kollektive, schöne Energie und ich hoffe, ihr habt dann entsprechend auch, ich sag mal, so ein sensibles, schönes Wochenende, wo man sich heimisch fühlt, wo man dann aufeinander zugeht und einander schätzt. Denn die Idee von Weihnachten sind nicht die Geschenke, sondern es ist das Familiäre, das Gemeinsame, die Gemeinschaft an sich und auch, ich denke, einfach die Nächstenliebe. Wie man mit anderen umgeht, so kann man über Karma sprechen, aber ich denke, es ist einfach das wohlige Gefühl, was man in sich trägt, wie man auch die Welt vielleicht gestalten möchte. Ich wünsche euch ein zauberhaftes, schönes Weihnachtsfest und wir schauen, was für den Einzelnen in den Garten drin ist. Bis gleich! Ein herzliches Willkommen, mein lieber Widder. Wir sind beim Wochenende, heiliger Abend und erster Weihnachtsfeiertag. Ich wünsche Ihnen natürlich ein schönes Weihnachtsfest und wir schauen uns an, was dich als Widder allgemein an diesem Wochenende astrologisch erwartet. Wir haben natürlich Jupiter im eigenen Zeichen, das beflügelt dich. Mars in den Zwillingen bremst dich, deswegen ist diese Energie so ein bisschen konträr und da sollte man natürlich vorsichtig vorgehen, nicht zu hastig. Man sollte seine Energien ordentlich einteilen. Wir haben auch Neptun in den Fischen, das macht gefühlvoll. Wir haben auch eine Verbindung von Merkur und Neptun, denn wir haben Sonne, Venus, Merkur und Pluto im Steinbock. Natürlich auch den Mond. Der Mond ist auch im Steinbock und macht das Ganze eher sachlich. Neptun macht es eher gefühlvoll und sensitiv. Was haben wir jetzt für den Widder am Samstag? Die sieben der Münzen, es geht um Detailfragen. Also Erdenergie, Pragmatismus, langsam machen, nichts überstürzen, gut überlegen. Die Prioritäten abwägen. Was ist jetzt gerade wichtig? Gerade ist wichtig, das Fest zu feiern, wie es fällt und den Heiligen Abend mit den Lieben zu genießen. Ruhephase. Vier der Schwerter, Ruhephase. Gute Gespräche, liebevolle Energie. Also Merkur und Neptun sorgen dafür, dass man eben liebevoll auch miteinander umgeht und aufeinander eingeht. Und das zeigt auch die Sechs der Münzen. Man ist also darauf bedacht, dass es harmonisch verläuft, dass man sich wohlfühlt, dass der oder die anderen sich wohlfühlen. Das ist eine sehr schöne Energie und in der solltest du dich heute auch bewegen, wohlfühlen. Was haben wir jetzt am Sonntag? Am Sonntag wechselt dann der Mond gegen Viertel nach Acht in den Wassermann. Wassermann-Energie ist ja so ein bisschen sich selbst verwirklichen, ja, sich auch durchsetzen. Man sollte aber davon Abstand nehmen. Wir haben hier mit dem Ass der Schwerter wichtige Erkenntnisse für den Widder. Das bedeutet, dass man eben, naja, mit sich im Reinen ist, dass man weiß, wie man vorgehen soll, dass man vielleicht vorher über Dinge gesprochen hat, sich einig ist. Und dann möchte man natürlich manifestieren mit dem Magier. Das geht natürlich aufgrund der mangelnden Energie und der Möglichkeiten gerade nicht so schnell, aber man hat es vor, man plant, man bereitet vor. Und das ist durchaus auch möglich. Man freut sich vielleicht auch auf neue Entwicklungen, die man gemeinsam abgestimmt hat. Man hat vielleicht noch nicht alle Detailfragen geklärt, aber man weiß ungefähr die Richtung. Aber man spricht nicht darüber. Also ich denke mal, mit dem Außen, mit anderen, wirst du darüber wahrscheinlich nicht sprechen. Das ist zwischen den Familienmitgliedern oder der Partnerschaft, ist das etwas, was sich da manifestiert und wo man sich einig wird, weil man eben auch am Heiligen Abend über ein paar Dinge gesprochen hat, die man so umsetzen möchte. Die Detailfragen kann man in Ruhe klären. Wir haben bis zum 12. Januar den Mars rückläufig. Da fehlt Energie. Und wir haben vom 29. Dezember bis zum 18. Januar den Merkur rückläufig. Das bedeutet eben auch, da ist die Kommunikation etwas schwierig, Dinge verzögern sich. Vielleicht sollte man bis zu diesem Zeitpunkt warten, die Dinge noch nicht so akkurat planen oder festlegen, sondern da kleine Schritte gehen, sich auf Dinge zuzubewegen, vorbereiten, planen und vielleicht auch dann erst im Anschluss, also Richtung Februar, die Dinge in Angriff nehmen. Also durchaus eine sehr effektive Energie. Und ich denke, dass hier ein sehr harmonisches, sehr schönes, aber auch kommunikatives Weihnachtsfest verleben wird. Wir haben ja noch den Montag, den 26. Da haben wir auch die Energie mit Merkur und Neptun. Das wird sehr harmonisch, sehr liebevoll. Und das solltest du natürlich auch mit deinen Lieben genießen. Das sehen wir uns dann am Montag an. Und ich hoffe, du bist dabei. Ich wünsche dir und deinen Lieben natürlich ein friedvolles, schönes Weihnachtsfest. Und dann sehen wir uns am Montag wieder und schauen, wie es dann am zweiten Weihnachtsfeiertag weitergeht. Alles Liebe von mir für dich und deine Familie. Und dann sage ich mal bis Montag. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Stier. Wir sind beim Wochenende, Heiligabend, erster Weihnachtsfeiertag, 25. und 26. Dezember 2022. Wir haben Sonne, Venus, Merkur. Wir haben Pluto und den Mond im Steinbock. Alles Erdenergie, die dich als Stier natürlich auch unterstützen. Ein bisschen viel Erdenergie, muss man dazu sagen. Es kann sehr akkurat zugehen. Wir haben aber den Jupiter im Widder. Wir haben den Neptun in den Fischen. Wir haben Saturn im Wassermann. Und wir haben leider auch den Mars in den Zwillingen rückläufig, was uns allen eine Menge Energie raubt. Das wirst du auch schon gemerkt haben. Ich rede da jeden Tag davon. Aber es ist tatsächlich so, man muss seine Ressourcen sehr vorsichtig einteilen. Was haben wir jetzt an diesem Heiligabend für den Stier allgemein? Langsam machen. Nichts überstürzen. Schön langsam vorgehen. Keine Hektik aufkommen lassen. Sich einfach in das schöne Weihnachtsgeschehen begeben. Ach, der Kelche neue Wege gehen. Also ich denke mal, vielleicht auch es mal anders machen. Es genießen. Und ich denke, dass du an Veränderungen auch mitarbeitest. Zumal ja auch Uranus in deinem Zeichen steht. Dass du eben auch die Dinge verändern möchtest. Und vielleicht auch Pläne hast, die sich jetzt momentan natürlich noch nicht so gut umsetzen lassen. Wir haben den König der Schwerter. Da sind Erkenntnisse. Da wird eben auch gesprochen, was machbar und möglich ist. Welche Ziele, Anliegen für dich als Stier, auch mit deiner Familie oder einer Partnerschaft. Ich denke auch, dass du daran arbeitest, Lösungen zu finden. Gemeinsame, adäquate Lösungen, um, ich sag mal, voranzugehen in der Beziehung oder in den Beziehungen, vielleicht auch beruflich. Also es geht auch sehr langsam zu. Man möchte Dinge verändern. Und es ist wichtig, dass du daran eben auch mitarbeitest. Wir haben auch eine schöne Energie, die ist schon seit gestern so, mit Merkur und Neptun, die dafür sorgt, dass man liebevoll miteinander umgeht. Und das sollte man auch tun. Jetzt an dem ersten Weihnachtsfeiertag haben wir Entspannung. Weihnachtsfeiertage, das Fest der Liebe gelten ja auch der Entspannung, des vielen Essens, der guten Geschenke, der Genüsse. Das ist so richtig dein Ding. Ja, aber auch gute Gespräche. Wir haben eine solide Basis. Du fühlst dich wohl. Ja, du magst das Traditionelle als Erdenergie ja sowieso. Und du hast auch das Gefühl, dass du, ich sag mal, Rückendeckung hast, dass du willkommen bist, dass du dich wohlfühlst und Erkenntnisse kommen auf. Das heißt, der Schwerter ist Klarheit und Wahrheit in den Dingen, die man bespricht, die man vielleicht auch verändern will gemeinsam. Welche Ziele man sich setzt und es ist ja auch jetzt mit Mars rückläufig bis zum 12. Januar wichtig, dass man nicht zu viel sich auf die Fahne schreibt, sondern dass man eben langsam macht. Wir haben auch die Welt, also die Veränderung steht an und ich glaube, du bist auch gewillt, Dinge zu verändern, umzusetzen, zu realisieren. Was ja auch sehr schön ist, aber es braucht Vorarbeit, es braucht Gespräche, Abstimmungen und ich denke, dass du da schon weißt, in welche Richtung es geht und das dir auch so ein bisschen den Frieden am Weihnachtsfest generiert, weil man sich einig wird. Gute Gespräche sind möglich. Man geht miteinander so ein bisschen liebevoll auch um, auch wenn sehr viel Erdenergie da ist, Sachlichkeit, aber man kann eben auch in aller Ruhe über ein paar Dinge sprechen. Und wir wollen natürlich nächste Woche auch weiterschauen, wie es zum Beispiel am ersten Weihnachtsfeiertag dann aussieht. Und ja, ich denke mal, dass wir dann am Sonntag mit dem Mond im Wassermann auch die Selbstverwirklichung sehen. Also auch den Wunsch danach, die Dinge umzusetzen. Jupiter ist im Widder und ich denke, dass man das umsetzen möchte, aber versuche das eben nicht zu hastig zu tun, sondern in aller Ruhe. Wie gesagt, bis zum 12. Januar haben wir Mars rückläufig mit der mangelnden Energie und ab 29. Dezember bis zum 18. Januar haben wir Merkur rückläufig im Steinbock. Da geht leider gar nichts. Also ist jetzt, momentan kann man so ein bisschen was tun, aber wirklich flott kommt man dabei nicht voran. Ich wünsche dir aber ein friedvolles, genussfreudiges und schönes Weihnachtsfest. Und wir sehen uns am Montag wieder mit dem zweiten Weihnachtsfeiertag. Und dann schauen wir uns an, wie es weitergeht. Aber letztendlich denke ich, dass du planst, vorbereitest für die nächsten Ereignisse. Alles Liebe für dich und deine Familie und dann bis Montag. Ein herzliches Willkommen, liebe Zwillinge. Wir sind beim 24. und 25. Dezember 2022. Die Sonne, die Venus, der Merkur, der Pluto und der Mond befinden sich im Steinbock. Das ist ziemlich dröge für einen Zwilling, aber wir haben auch gute Energien mit Merkur und Neptun. Da wird es gefühlvoll, man kann sehr sensitiv über Dinge sprechen, was ja auch gut ist. Der Jupiter im Widder forciert dich so ein bisschen voranzugehen, aber durch die mangelnde Energie rate ich davon ab. Planen, vorbereiten, sich was überlegen, auch über die Weihnachtsfeiertage in Gemeinschaft natürlich, aber nichts übertreiben. Schön langsam machen. Am Sonntag haben wir dann nach so einem Viertel nach acht den Mond im Wassermann, was dann auch dafür sorgt, dass du das Gefühl hast, jetzt oder nie, bitte schön langsam bleiben. Denn das kann dazu führen, dass man eilig und unüberlegt handelt. Aber schauen wir uns jetzt mal den Heiligen Abend an. Da bist du vielleicht fokussiert auf das, was gerade geschieht, ja, auf die Erdenergie, es ruhig anzugehen. Frieden, Gemeinschaft, ja, es wird ja auch befürwortet. Langsam machen, denn es fehlt die Kraft. Klar, mit Mars rückläufig im eigenen Zeichen ist da nicht viel Power und vielleicht hast du auch nicht so viele Ideen, was man da machen könnte. Vielleicht bist du auch momentan so ein bisschen, sagen wir mal, hoffnungslos. Das solltest du nicht sein. Es wird wieder besser. Wir haben jetzt, wie gesagt, so ein bisschen Energie, die uns die Kraft raubt. Aber das wird sich auch ändern. Das ist das Schöne an Veränderungen. Es gibt positive und negative Entwicklungen. Wir haben auf der einen Seite natürlich den Mars rückläufig bis zum 12. Januar und ab 29. Dezember bis zum 18. Januar den Merkur im Steinbock rückläufig. Also kann man jetzt schon noch was bewegen. Was haben wir jetzt am Sonntag? Wie gesagt, da haben wir ab Viertel nach acht den Mond im Wassermann. Da haben wir, dass sich kümmern um die Dinge, die machbar sind, auch mit Erdenergie. Wir haben die vier der Münzen an etwas festhalten. In der Ruhe liegt die Kraft. Du bemühst dich auch darum, daran festzuhalten, keine größeren Geldausgaben zu tätigen. Und da ist der König der Stäbe. Ich denke, die Feuerenergie auch im Jupiter. Auch da hältst du dich zurück. Das heißt nicht, dass du diese Energie nicht später nutzen kannst. Aber du versuchst eben auch, den Frieden, die Harmonie beizubehalten an diesem Wochenende. Und ich denke auch am Montag. Es geht darum, sich da ein bisschen zurückzuhalten. Und da sind wir ja auch in den letzten Wochen schon zu angehalten. Und deswegen ist es auch nichts Ungewohntes. Aber diese Energie bedeutet, dass du einfach dein Temperament zügelst und einfach den Frieden im Moment beibehalten möchtest. Das Fest der Liebe und des Friedens ist wichtig, auch gerade im engeren Kreis. Daraus Kraft zu schöpfen und sich eben auch der Rückendeckung zu vergewissern und diese Rückendeckung natürlich auch zu geben. Sich einfach wohlzufühlen. Und das stärkt ungemein. Auch wenn man nicht viel tut, sondern isst und sich gut unterhält. Man kümmert sich darum, dass man stabil und sicher ist. Und dass man dieses Gefühl auch mal wieder hat, stabil und sicher zu sein. Einfach dieses Wohlfühl, ja, Gefühl. Und dass du das eben auch an diesem Wochenende und am Montag ausnutzt und Kräfte sammelst. Denn da ist schon, ich sage jetzt mal, so ein bisschen Resignation drin. So nach dem Motto, ich kann ja gerade nichts machen. Die Resignation wird sich bald auflösen. Aber wir müssen uns eben noch bis, ja, ich sage mal, fast Ende Januar gedulden. Aber ich denke, dass du ein harmonisches und schönes Weihnachtsfest verlebst, wo du dich zurücklehnst und einfach genießt. Und dann vielleicht auch gute Ideen sammelst, wie du weiter vorangehen möchtest. Und das gemeinsam mit deinen Lieben. Ich wünsche dir natürlich ein friedvolles, harmonisches und schönes Weihnachtsfest. Und hoffe, dass du da eben auch Kräfte sammeln kannst, dich regenerierst und dich auch wieder stärker fühlst, so wie wir alle. Alles Liebe von mir für dich und deine Lieben. Und dann sage ich mal, bis Montag. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Krebs. Wir sind heute beim Wochenende 24. und 25. Dezember 2022 und damit beim Heiligenabend und beim ersten Weihnachtsfeiertag. Was erwartet uns da? Wir haben Sonne, Venus, Merkur, Pluto und den Mond im Steinbock. Eine sehr trockene Energie. Trotzdem haben wir noch den Neptun in den Fischen und der sorgt für Gefühl, für aufeinanderzugehen. Und Merkur und Neptun agieren auch bis zum 26. auch eben sehr harmonisch da, sodass es ein friedvolles Miteinander geben wird. Jeder bemüht sich darum und das ist sehr schön. Was uns fehlt, ist Energie und die wird uns durch Mars in den Zwillingen rückläufig genommen. Schon seit einiger Zeit und das geht noch bis zum 12. Januar so. Wir haben uns mittlerweile ein bisschen daran gewöhnt, obwohl es uns natürlich nervt, dass wir nicht können, wie wir wollen. Für dich als Wasserzeichen ist Weihnachten das schönste Fest des Jahres. Nicht nur für dich natürlich, aber es ist auf jeden Fall etwas, wo die Familie zusammenkommt. Und das ist ja das Thema des Krebses. Die Familie, das Miteinander, die Gruppe, dass man zusammen ist als Gemeinschaft. Und ich hoffe, dass du das eben entsprechend auch genießt. Auch wenn da nicht so viel Energie da ist, wir haben Harmonie drin, wir haben den Mond ja auch im Steinbock. Und wir haben am Sonntag, na ab viertel nach acht, den Mond im Wassermann. Da können gute Ideen folgen, aber es kann auch so ein bisschen Eigensinn reinkommen. Schauen wir uns jetzt mal an, wie das am Heiligabend für den Krebs so allgemein aussieht. Ein leidenschaftlicher Neubeginn. Oh ja, du bist mit Leidenschaft dabei, denke ich. König der Stäbe, der Jupiter ist im Widder und der König der Münzen. Für dich als Krebs ist am Heiligen Abend wichtig, dass alle mit Herzblut und mit Leidenschaft dabei sind. Da willst du, dass alles so klappt, wie du dir das vorstellst auch. Da bist du, sag ich mal, die Person, die das alles zusammenhält. Du sorgst für Sicherheit und Stabilität. Und mit den Sieben der Münzen hast du dir auch alles gut überlegt und hast das sicherlich akribisch geplant und super vorbereitet. Wichtig ist, dass du dir als Krebs natürlich auch Ruhe gönnst und die anderen auch mal machen lässt. Es geht nicht nur darum, dass du alle zufriedenstellst, sondern dass du dich dabei auch entsprechend wohlfühlst und happy bist. Wie gesagt, am Sonntag haben wir dann den Mond im Wassermann. Wir haben die Kommunikation, die guten Gespräche, den Austausch, die liebevolle Energie mit dem Ritter der Kirche. Das ist sehr schön. Und wir haben die Obsession, den Steinbock. Der Teufel ist die Steinbock-Karte. Ja, was ist machbar? Sachlichkeit und Gefühl. Dazu gehört die Disziplin. Also ich denke mal, es geht darum, dass man liebevoll miteinander umgeht, darüber spricht, wie man vorangehen möchte. Dieses Wochenende, dieses Weihnachtswochenende eignet sich hervorragend, miteinander Zukunftspläne zu schmieden, zu überlegen, wie man weiter vorangehen möchte. In Gemeinschaft, miteinander, wie man sich dabei unterstützen kann, wie man eben auch Dinge aus der Welt schaffen kann und wie man vorbereiten kann. Denn jetzt ist nicht die Zeit des totalen Agierens, sondern es ist die Zeit der Vorbereitung, der Planung, der Kommunikation, liebevollen Kommunikation. Natürlich Obsession, man kann natürlich irgendwo was fordern, das ist nicht gut. Forderungen, sage ich jetzt mal, mit Pluto im Steinbock, kann dazu führen, dass man eben mit Macht- und Ohnmachtthemen zu tun hat. Das kann auf der einen wie auf der anderen Seite vorkommen. Das sollte man vermeiden. Also man sollte lieber diese liebevolle Energie nutzen, miteinander sich über Dinge zu unterhalten, wie man das Jahr beenden möchte, wie man das neue Jahr beginnen möchte. Ihr wisst ja, wir haben in 2023 das Jahr des Mars. Man muss kämpferisch vorgehen und man muss vorbereitet sein. Ich hoffe, dass du eben ein harmonisches, schönes Wochenende hast, die Unterstützung bekommst, die du brauchst und die liebevolle Energie. Und dass du dich kümmerst und dass du liebevoll dabei bist, das ist vollkommen klar. Ich wünsche dir und deinen Lieben natürlich ein friedvolles, schönes Wochenende an Weihnachten, ein schönes Fest, eine schöne Gemeinschaft. Und natürlich sehen wir uns, wenn du magst, am Montag wieder. Alles Liebe für dich und bis bald. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Löwe. Wir sind beim Weihnachtswochenende, 24. und 25. Dezember 2022. Was erwartet uns jetzt an diesem Weihnachtsfest? Wir haben Jupiter im Wetter. Das ist gut für dich als Löwe. Spornt dich an und das ist auch ein Vorankommen. Allerdings mit Mars in den Zwillingen rückläufig ein sehr langsames Vorankommen. Aber es ist auch dazu gedacht, dass du deine Energien adäquat einsetzt und dich nicht übernimmst. Wir haben Neptun in den Hüschen, was auch sehr sensitiv macht. Wir haben Merkur im Steinbock. Und diese beiden sorgen eben dafür, also Neptun und Merkur, dass man gute Gespräche führen kann. Was man vielleicht miteinander planen, vorbereiten kann in schöner, liebevoller, harmonischer Atmosphäre. Wir haben natürlich, wie gesagt, mit der Steinbock-Energie etwas trockene Energie, Sachlichkeit. Aber vielleicht kann man gerade dann gut die Dinge besprechen. Am Sonntag haben wir um Viertel nach acht oder ab Viertel nach acht den Mond im Wassermann. Diese Energie kann dafür sorgen, dass man ein bisschen eigensinnig, ein bisschen selbstsüchtig daherkommt. Auch da sollte man sich der schönen Energie anpassen und liebevoll miteinander umgehen und nicht zu eigensinnig daherkommen. Schauen wir uns jetzt erstmal an, was wir für den Löwen allgemein am Heiligen Abend haben. Sparsamkeit, sich zurücknehmen oder eben nicht zu viel Geld ausgeben. Wir haben Illusionen, da ist Neptun in den Fischen. Sieben der Kelche ist, man stellt sich etwas vor oder man hat gewisse Ansprüche. Vorsichtig davor. Ja, man sollte eben nicht zu anspruchsvoll daherkommen. Wenn man nicht zu viel erwartet, kann man auch nicht so leicht enttäuscht werden. Die Neuen der Stäbe besagt eben, dass die Kraft fehlt, die Power ist raus, die Luft ist raus. Und das ist eben auch, naja, sorgt da so ein bisschen dafür, dass die Stimmung nicht so super ist. Aber vielleicht kann man sich auch dann ein bisschen, ja, ich sag mal, trösten lassen oder betüdeln lassen. Wir haben die Acht der Schwerter. Du bist ein bisschen ratlos, vielleicht auch ein bisschen hoffnungslos. Es kann auch sein, dass du irgendwie das Gefühl hast, du kommst nicht voran. Dem ist ja auch so, aber es geht allen so momentan. Und wichtig ist, dass du nicht aufgibst und dich auch natürlich keine Illusionen hingibst. Weder zu negativ noch zu positiv. Es geht darum, sich, ich sag jetzt mal, den Dingen zu widmen. Am Sonntag haben wir den Ritter der Kirche liebevolles Entgegenkommen von deiner Seite, aber auch von den Mitmenschen, Pragmatismus, Erdenergie, langsam machen, auf dem Teppich bleiben und Verantwortung übernehmen für das, was man selbst verändern kann. Also sich jetzt nicht, sagen wir mal, nur beschweren, beklagen oder irgendwie meckern, sondern überlegen, was kann ich selbst tun in dem, wo ich gerade stehe. Auch wenn es sehr langsam ist und wenn es vielleicht nicht so ad hoc umsetzbar ist oder sich nicht direkt erfolgreich anfühlt. Was kann ich in meinem eigenen Umfeld tun, um die Dinge zu ändern? Ich kann mich zum Beispiel ausruhen. Wenn ich keine Lösung habe, kann ich mit anderen darüber sprechen. Ich kann meine Vorhaben vielleicht auf Machbarkeit prüfen, auf Erdenergie. Ich kann mit anderen darüber reden. Und da haben wir das, die zwei der Kelche, auf Augenhöhe sich unterhalten. Also mit dem Gegenüber eben Pläne schmieden. Auch das kann sehr aufmunternd sein. Miteinander besprechen. Wie möchten wir es denn gern? Was können wir besser machen in unserem kleinen Umfeld? Denn jeder, der irgendetwas bei sich auch verändert und bereit ist, dafür etwas zu tun, kann sehr viel Positives bewirken. In liebevoller Energie natürlich. Ich rede nicht von Hass, von Wut, von Zorn, sondern ich rede davon, von wir wollen gemeinsam etwas schöner, etwas besser machen. Und das Fest der Liebe eignet sich wunderbar dazu, zu wissen, wer dazu gehört, wer einen begleitet, wer einem zur Seite steht. Und mit der zwei der Kelche ist man offen, begegnet man sich auf Augenhöhe und kann dann eben auch für die Zukunft Pläne schmieden. Zumindest grob. Man muss nicht jedes Detail kennen. Man kann ins Detail gehen, aber Schritt für Schritt, wenn man da angeht. Aber die Ansprüche müssen auf ein gesundes Maß gesetzt werden. Auch die Ansprüche an deine körperlichen Fähigkeiten oder mentalen Fähigkeiten. Immer schön, was geht jetzt gerade? Was ist jetzt gerade wichtig? Auch für mich, für meine Familie, für meine Partnerschaft, für meine Freunde. Wo kann ich ansetzen? Was kann ich tun, damit es uns gemeinsam erstmal besser geht? Oder wie wir vorangehen möchten? Miteinander. Und das Miteinander ist das Beste daran. Ich wünsche dir ein friedvolles, schönes, harmonisches Weihnachtsfest, gutes Gelingen, Regeneration und dann natürlich tolle Gespräche auf Augenhöhe an diesem Sonntag. Wir sehen uns, wenn du magst, am Montag wieder. Also alles Liebe für dich, für deine Lieben und ich sage bis bald. Ein herzliches Willkommen, liebe Jungfrau. Wir sind beim Weihnachtswochenende, 24. und 25. Dezember 2022. Wir haben Sonne, Venus, Merkur, Pluto und den Mond im Steinbock. Das ist natürlich Erdenergie und für dich sehr gut. Es geht alles um Sachlichkeit, Verlässlichkeit, auch Planung und so weiter. Aber man sollte es nicht übertreiben. Wer da ein bisschen hilft, ist Neptun in den Fischen. Der in Verbindung mit Merkur sorgt dafür, dass es liebevoll und ein bisschen, naja, sinnlich zugibt. Also besinnlich könnte man auch sagen. Wir haben ja Maß in den Zwillingen rückläufig. Das entzieht uns die Kraft. Das weißt du auch. Und das hast du auch die letzten Wochen schon gemerkt. Und das geht noch so bis zum 12. Januar 2023. Also sollte man jetzt keine großen Sprünge machen wollen. Aber man kann im Kleinen kleine Schritte voranbringen. Und man kann es eben auch genießen. Und man kann vor allen Dingen seine Kräfte schonen. Jupiter im Wetter macht ein bisschen, ja, rebellisch, sage ich mal. Kann natürlich passieren. Aber man sollte vorsichtig sein. Besser planen, besser verlässlich vorgehen, als einfach so zwischen Tür und Angeln. Was haben wir jetzt an diesem Samstag für die Jungfrau? Ah ja, natürlich. Für dich bedeutet das Fest auch ein Stück weit viel zu tun. Intuition, das ist sehr gut. Deine Intuition ist auf halb acht. Und die Liebenden. Das heißt, es geht auch darum, was du liebst. Nicht nur, was die anderen lieben, ja. Und ja, wir haben leider hier eine Enttäuschung. Das kann bedeuten, dass irgendetwas nicht so ist, wie du dir das wünschst oder wie du dir das vorgestellt hast. Vielleicht hast du dir auch viel Mühe für etwas gegeben. Und es kommt vielleicht nicht so an, wie du dir das gewünscht hast. Aber vielleicht ist es auch so, dass du zu hart mit dir umgehst. Vielleicht ist es Zeit, ein bisschen mehr auf deine innere Stimme zu hören und dich selbst ein bisschen besser zu behandeln oder eben ein bisschen mehr für dich selbst zu tun. Weniger für andere. Ich weiß, du tust das gerne, aber du vergisst dich leider viel zu oft. Und das wird dir vielleicht heute klar. Am Sonntag haben wir dann auch den Mond im Wassermann ab Viertel nach Acht. Da haben wir die Erdenergie Pragmatismus, es langsam angehen, Neubeginnen, Ausgewogenheit herstellen, ja, faires Miteinander, Harmonie, Diplomatie und die Fünf der Münzen, den Rückzug. Ich denke, dass du vielleicht auch ein bisschen Zeit für dich brauchst. Auch am zweiten Weihnachtsfeiertag vielleicht, den werden wir am Montag zeigen, aber am ersten Weihnachtsfeiertag geht es darum, dass du dich sehr darum bemühst, Harmonie herzustellen. Und dass du aber nicht mehr möchtest, dass man dich enttäuscht oder dass die Dinge nicht so funktionieren. Dafür musst du selbst ein Stück weit loslassen. Also nicht zu fest an irgendwelchen Vorstellungen festhalten, sondern eben auch die anderen mal machen lassen. Das bringt dir den Erfolg. Die Erkenntnis, dass du eben gar nicht so viel tun musst, damit die Dinge erfolgreich sind, sondern dich auch ein Stück weit um dich selbst zu kümmern, um dein Wohlbefinden, um den Ausgleich. Dass du viel arbeitest, dass du fleißig bist, dass du was erreichen willst, wissen wir alle. Aber du vergisst dich selbst und vielleicht auch deine körperliche und mentale Kraft, die du immer wieder ausnutzt, bis es nicht mehr geht. Und dann, wie gesagt, fehlt dir die Energie. Und das ist eben momentan ganz besonders spürbar durch den Mars in den Zwillingen rückläufig. Es wird Zeit, liebe Jungfrau, dass du ein bisschen mehr darauf achtest, was du möchtest. Und dass du dich dann natürlich mit den anderen zusammensetzt und überlegst, wir können was anders machen. Und was könnt ihr auch für die Jungfrau tun, zum Beispiel. Und das auch mal einzufordern oder auch mal Nein zu sagen, ist etwas, was du als Jungfrau absolut auch in deine Planung fürs nächste Jahr mit einbringen solltest. Denn Intuition hast du, du weißt im Grunde ganz genau, wo der Haken sitzt, dass du zu viel tust für andere und zu wenig für dich selbst. Und das bringt natürlich Enttäuschung. Wenn du dir irgendwas vorstellst und Kopfkino hast, wie das sein soll und es trifft dann nicht so ein, wirst du enttäuscht. Aber vielleicht solltest du ein bisschen auch auf Überraschung setzen. Einfach mal den Dingen ein bisschen ihren freien Lauf lassen und dich ein bisschen harmonischer mit dir selbst beschäftigen. Und dann auch mal Abstand gewinnen. Ich wünsche dir natürlich ein wunderschönes, harmonisches und friedvolles Weihnachtsfest. Und dann sehen wir uns, wenn du magst, am Montag wieder. Bis dahin. Ein herzliches Willkommen, liebe Waage. Wir sind beim Wochenende 24. und 25. Dezember und damit beim Weihnachtswochenende. Wir haben ja momentan eine sehr energieraubende Konstellation mit Mars in den Zwillingen rückläufig. Wir haben auch mit Steinbock in der Sonne, im Merkur, in Venus und in Pluto und im Mond eine sehr sachliche, verlässliche, aber auch treue Energie. Wir haben, wie gesagt, da sehr viel oder sehr wenig Energie. Und es ist halt so, dass man sich nicht übernehmen sollte. Der Jupiter im Widder fördert natürlich das Vorankommenwollen. Aber der Neptun in den Fischen sorgt dafür mit Merkur, dass man an diesem Wochenende mal den Ball flach hält. Und das ist auch gut so. Was haben wir jetzt für die Waage am Samstag erstmal? Erfolg. Die Dinge laufen gut. Sehr schön. Du fühlst dich wohl. Zehn der Münzen. Da haben wir Stabilität und Sicherheit. Gute Finanzen. Und wir haben die Königin der Stäbe, den Optimismus. Sehr schön. Sehr schöne Energie für den Heiligen Abend. Wir haben auch Erkenntnisse. Gespräche, Wahrheiten, Dinge, die man erkennt. Und vielleicht auch, wie schön es ist, ich sage jetzt mal auch ruhig, familiär und so, die Dinge zu nehmen. Und man kann natürlich gute Gespräche führen. Am Sonntag haben wir dann ab Mitteln nach acht den Mond im Wassermann. Das fördert natürlich auch so ein bisschen den Eigensinn, sich selbst verwirklichen wollen. Gute Ideen haben natürlich. Hier haben wir den Rückzug. Da haben wir eben auch Alleinsein vielleicht. Vielleicht tut das auch mal gut. Und wir haben den Turm. Bedeutet Platz schaffen für Neues. Und wir haben die Liebenden. Es geht darum, eine Entscheidung aus dem Gefühlsbereich zu treffen an diesem Sonntag. Es geht darum, sich entweder nicht mehr einsam zu fühlen oder sich vielleicht auch von gewissen Dingen zu trennen. Es kann auch sein, dass du Dinge nicht mehr möchtest, dass du Dinge verändern möchtest. Vielleicht auch aufgrund einer Beziehung. Denn wir haben hier den Nirofanten. Beziehung ist dir sehr, sehr wichtig. Du bist nicht gerne alleine, liebe Waage. Aber manchmal hat man gute Ideen, wenn man zum Beispiel mal alleine spazieren geht. Du hast Stabilität und Sicherheit. Du hast Optimismus, aber auch die Erkenntnis, dass das etwas ist, was man sich immer und immer wieder von Neuem erarbeiten muss. Es ist nicht selbstverständlich und eine wirkliche Sicherheit gibt es nie. Deshalb ist es so wichtig, sich auch mal zu überlegen, was man nicht mehr braucht, was man nicht mehr haben möchte. Und wie sehr schätzt man die Beziehung, in der man sich befindet, auch die Beziehung zu einem selbst. Wie gut gehst du mit dir selbst um? Wie aufrichtig bist du auch zu dir selbst? Gibst du dir selber Fehler zu? Kannst du damit umgehen? Bist du trotzdem dir selbst gut gewogen? Gehst du auch mit anderen gut um, die mal einen Fehler machen? Ich denke, als Waage bist du harmonisierend, aber es geht um dein Inneres, nicht um das, was du nach außen hin präsentierst. Also, was liegt dir wirklich am Herzen? Also, vielleicht geht es auch darum, die Essenz dessen, was dir wichtig ist als Waage, jetzt auch mal nach vorne zu bringen. Auch deine Gefühle, das, was du umsetzen möchtest, die Erkenntnis, was dir wirklich am Herzen liegt. Vielleicht ist es auch die Erkenntnis, die jetzt kommt, wo du wirklich mit Herzblut dabei bist und wo du deine Gefühle entdeckst, also wirklich tiefe Gefühle auch wahrnimmst. Wir sind ja alle an Weihnachten sensibel und schauen zurück in unsere Kindheit oder in die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Wir sind da ein bisschen sensibel. Und das darfst du auch gerne zulassen. Du kannst alles andere, denn Mammon, das alles außen vor lassen. Die Sensitivität ist das, was zählt. Das Gefühl, was du anderen entgegenbringst und andere dir gegenüber entgegenbringen. Die Dinge, die jetzt so, ich sag mal, materiell sind, verlieren an Wert. Und das, was zählt, kommt hier zum Vorschein, was wirklich wichtig ist. Ich wünsche dir ein friedvolles, schönes Weihnachtsfest mit deinen Lieben. Genieße es, erhole dich gut, tanke Kraft, plane vielleicht für die Zukunft, überlege dir, was wirklich relevant ist und dann kannst du vorbereiten. Wir haben ja bis zum 12. Januar den Mars rückläufig und bis zum 18. Januar vom 29. Dezember ausgehend den Merkur rückläufig. Also bis dahin kann man noch ein bisschen was tun, aber dann passiert nicht mehr viel. Also ich wünsche dir natürlich ein schönes Fest und sag bis Montag. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Skorpion. Wir sind beim Weihnachtswochenende 24. und 25. Dezember 2022. Wir haben Sonne, Venus, Merkur, Pluto und den Mond im Steinbock. Du kommst damit klar, das ist Verlässlichkeit, akkurates Handeln, gut überlegen, Sachlichkeit. Okay, gefühlvoll wird es durch Neptun in den Fischen und auch sehr harmonisch. Das ist schon mal sehr gut. Wir haben im Hintergrund natürlich Jupiter im Widder. Das kann so ein bisschen rebellisch machen, so ein bisschen stur, bisschen Eigensinn. Aber da ist jeder auch, ich denke, am Weihnachtsfest bedacht, das nicht so nach vorne zu bringen. Ja, wir haben natürlich Mars in den Zwillingen. Der raubt uns schon seit einiger Zeit die Kraft und tut das noch bis zum 12. Januar. Da kommt man nicht so wirklich voran, aber man kann sich bemühen, man kann vorbereiten und planen. Wir haben ab 29. Dezember übrigens auch den Merkur rückläufig. Also wenn du noch etwas in trockene Tücher bringen möchtest, auch in langsamer Form natürlich, kannst du das bis dahin noch tun. Ja, da schauen wir mal, was wir am Heiligen Abend für den Skorpion so haben. Ja, auch dir fehlt die Kraft, also es ist Zeit, sich auszuholen. Zehn der Münzen bedeutet Stabilität und Sicherheit. Harmonie natürlich auch in Beziehungen. Wir haben natürlich Finanzen, aber auch beziehungsmäßig ist das ein sicherer Pol. Sieben der Stäbe kann natürlich Eigensinn bedeuten, bei dir genauso wie bei deinem Gegenüber. Deswegen sei da ein bisschen vorsichtig, ja, nicht zu hastig vorgehen. Erstmal mit dem Page der Schwerter hören, was dein Gegenüber zu sagen hat. Also nicht voreilig urteilen und sich nicht in Kampfposition direkt begeben, wenn etwas gesagt oder getan wird, was dir nicht so gut gefällt. Es ist wichtig, dass du vielleicht auch erstmal runterfährst und erstmal sachlich über die Dinge sprichst. Kann natürlich sein, dass du dich ausgepowert fühlst und vielleicht gar nicht so gewillt bist, irgendwelche Dinge zu besprechen. Aber dieses Wochenende eignet sich sehr gut dazu mit Neptun und Merkur, die gut miteinander wirken, um ein harmonisches Wochenende herbeizuführen. Am Sonntag haben wir dann den Wechsel des Mondes in den Wassermann. Wir haben den Stern, da ist er schon, der Wassermann. Heilung, ja, akkurates Herangehen an die Dinge. Natürlich auch, ich sag mal, gute Ideen generieren, miteinander sprechen, selbstverständlich. Wir haben die Königin der Schwerter, da ist die Aufrichtigkeit, die Ehrlichkeit. Manchmal ist es ja so, wenn man zu ehrlich ist, dass es auch manchmal falsch ankommt. Also, wenn man so ein Ding raushaut oder so. Wir haben die Königin der Münzen. Es ist also wichtig, mit dieser Ehrlichkeit, die man hat oder die man empfängt, ich sag mal, ruhig umzugehen. Pragmatisch, langsam. Erstmal auf den Punkt bringen. Man kann die Dinge klären. Ich sag ja, dieses Wochenende eignet sich hervorragend auch, um Dinge zu besprechen, zu planen. Wie machen wir, wie gehen wir voran? Ja, obwohl die Energie fehlt und zwar nicht nur bei dir, sondern auch bei deinem Gegenüber. Nostalgie, Vergangenheit. Vielleicht geht es um Vergangenheitsbewältigung, die Heilung der Vergangenheit, ja, dass man mit dieser Geschichte aufräumt, diese hinter sich lässt oder einfach erzählt, wie das so war, ja. Auch wenn du hier noch Widerstand spürst, wichtig ist doch, wenn man etwas auf dem Herzen hat, wenn einen etwas ärgert oder wenn einen etwas quält, je nachdem, dass man die Dinge beim Namen nennt und dass man sie damit auch los wird, ja. Etwas für sich zu behalten, bringt dich nicht wirklich voran. Es zu äußern und vielleicht auch darüber zu diskutieren, zu sprechen oder eben zu planen, wie man es besser machen kann. Das ist eine schöne Energie. Vielleicht ist der Heiligabend noch so ein Tag, wo du noch so ein bisschen, naja, Kraft sammeln musst und dieses Wochenende und auch der Montag. eignen sich hervorragend dazu natürlich, Kräfte wieder zu mobilisieren, indem man sich der schönen Energie des Weihnachtsfestes ein bisschen hingibt und eben auch versucht, ja, ich sag mal, Streit zu vermeiden und aufeinander zuzugehen in Liebe. Und ja, man wird nostalgisch automatisch am Weihnachtsfest und vielleicht wird man auch ein bisschen aufgeschlossener, um die Dinge heilen zu lassen und miteinander über vielleicht eine verbesserte Zukunft zu sprechen. Ich wünsche dir und deinen Lieben ein harmonisches, friedvolles, schönes Weihnachtsfest und natürlich sehen wir uns am Montag wieder mit dem zweiten Weihnachtsfeiertag. Ich wünsche dir alles Gute und sag bis Montag. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Schütze. Wir sind beim Weihnachtswochenende 24. und 25. Dezember 2022. Sonne, Venus, Merkur, Pluto und der Mond, alles im Steinbock. Das ist eine ziemlich trockene Energie. Wir haben aber den Jupiter im Widder, das möbelt dich ein bisschen auf und Neptun in den Fischen sorgt für ein harmonisierendes Wochenende. Also, dass man liebevoll aufeinander zugeht, das ist ja schon mal gut. Weiterhin sorgt natürlich Mars in den Zwillingen dafür, der ist rückläufig, dass uns die Puste ausgeht, also sollten wir uns nicht zu viel vornehmen. Da heißt es schön langsam machen und genießen. Ich denke mal, das muss man dir nicht zweimal sagen. Natürlich kann so ein Weihnachtsfest den Stress ausatmen, wenn man zu viele Leute besuchen muss oder Besuch bekommt, aber geh es ruhig an. Wir haben natürlich auch, wie gesagt, eine harmonisierende Energie. Wir haben auch, ich denke mal, Erdenergie, die den Ball flach hält. Am Sonntag haben wir dann ab Viertel nach acht auch den Mond im Wassermann. Auch das mobilisiert, sorgt für tolle Energien in Bezug auf gute Ideen. Aber man sollte natürlich nicht übertreiben und man sollte auch nichts forcieren. Bis 12. Januar ist Mars in den Zwillingen rückläufig und entzieht uns die Kraft. Und vom 29. Dezember bis 18. Januar wird Merkur rückläufig. Also wenn du noch etwas in diesem Jahr vorher erledigen musst, sollst, kannst, dann mach es langsam bis zu diesem Datum. Was haben wir jetzt am Heiligen Abend für den Schützen? Zwei der Münzen. Prioritäten setzen. Was ist jetzt relevant und wichtig und was nicht so? Geselligkeit. Miteinander. Das ist wichtig. Und zehn der Schwerter. Ich denke mal, du hast auch schon mal das ein oder andere Weihnachtsfest erlebt, wo das vielleicht im Zusammenspiel mit anderen nicht so harmonisch war. Deswegen solltest du Prioritäten setzen. Und zwar solltest du die Priorität setzen, dass du dir gar nicht so viel auferlegst, sondern es locker angeben lässt. Das sagt auch der Ritter der Münzen, der Erfolgsgarant. Es geht darum, ruhig, entspannt, stressfrei den Heiligen Abend zu verbringen in Gesellschaft und eben nur das Wichtigste, nur das, was notwendig ist und nichts darüber hinaus. Also es sieht sehr gut aus. Wir haben auch, wie gesagt, mit Neptun und Merkur eine Energie, wo man gute Gespräche führen kann, wo man vielleicht auch planen kann. Was haben wir jetzt am Sonntag? Detailfragen mit den Sieben der Münzen. Wir haben die Welt. Es geht um Veränderung. Also man muss das Alte erst zu Ende bringen, bevor man was Neues beginnen kann. Und das muss man sehr gut überlegen. Gemeinsam, alleine, je nachdem. Es geht darum, dass man sich wirklich darum kümmert, die Dinge auch machbar und möglich zu machen. Also sowohl in Beziehungen als im Miteinander als in der Zukunft. Das Jahresende bietet sich ja an, zurückzuschauen und zu sagen, was war gut, was war nicht so gut und was kann ich in meinem kleinen Kreis tun. Da bist du sehr akribisch und genau. Du arbeitest dich davor und ich denke, es geht darum, altlastenlos zu werden, Dinge abzuarbeiten, fertig zu werden und sich dann in aller Ruhe auf das Neue zu konzentrieren. Da haben wir die vage Energie, der Harmonie, der Diplomatie, des langsamen Vorgehens natürlich mit den Vier der Schwertern, denn es braucht natürlich auch Ruhe und Kraft und die wird uns ja momentan mit Mars entzogen. Also nicht schnell, schnell. Wir haben auch den Ritter der Münzen darüber. Deine Erfahrungen helfen dir zu sagen und die haben dir auch bisher schon geholfen, wie gesagt, mit dieser etwas schwächenden Energie umzugehen und eben nicht mit den Hufen zu scharen. Jupiter im Hintergrund möchte natürlich, dass die Dinge vorangehen, aber wie gesagt, Mars hindert. Und wir haben 2023 ein Mars. Ja, da muss man kämpfen, da muss man sich durchsetzen. Da gilt es auch oftmals, den Ellenbogen zu nutzen, aber dafür braucht man Kraft und Energie. Und dieses Wochenende oder diese Zeit vor dem Jahreswechsel ist dazu da, sich zu regenerieren und sich auf das Neue einzustellen. Ich wünsche dir auf jeden Fall ein harmonisches, schönes Weihnachtsfest mit deinen Lieben. Und wenn du magst, sehen wir uns dann am zweiten Weihnachtstag, dem Montag, wieder. Also bis dahin. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Steinbock. Wir sind beim Weihnachtswochenende 24. 25. Dezember 2022. Sonne, Venus, Merkur, Pluto und der Mond befinden sich in deinem Zeichen. Damit wirst du natürlich gestärkt vorangeschoben. Du kannst Macht ausüben. Du kannst dich durchsetzen. Die Frage ist, ist das so gut, wenn man sich mit aller Macht nach vorne bringt? Es geht ja auch darum, die Kräfte zu schonen. Mit Mars in den Zwillingen rückläufig eben nicht wie, ich sag jetzt mal, ein Stier dem roten Tuch entgegen zu rennen, sondern sich zu überlegen, macht das Sinn, Prioritäten zu setzen? Ich denke, das sollte man überlegen. Und da bei den Prioritäten eben auch das Persönliche nicht zu kurz kommen zu lassen. Also dein Wohlbefinden, körperlich, mental, seelisch. Alles wichtig gehört auch dazu und sollte in deiner Prioritätenliste nicht zu kurz kommen. Wir haben, wie gesagt, den Mond am Samstag auch im Steinbock. Steinbock am Sonntag wechselt eher gegen Viertel nach Acht in den Wassermann. Wir haben eine gute Verbindung von Merkur und Neptun. Neptun befindet sich in den Fischen, wo man eben für ein harmonisches, liebevolles Weihnachtswochenende sorgt und gut miteinander reden kann, planen kann, vorbereiten kann und eben auch regenerieren kann. Das ist wichtig. Wir haben den Jupiter im Widder. Das kann zu Eigensinn führen, zu, ich sag jetzt mal, Kurzschlusshandlungen oder dass man einfach sich unbedingt durchsetzen will. Das kann bei dir liegen. Das kann aber auch bei deinem Gegenüber liegen. Also vorsichtig vor schnellen Entscheidungen oder hastigem Vorgehen. Was haben wir jetzt am Heiligabend allgemein für den Steinbock? Wassermann-Energie. Heilung, gefühlsmäßige Heilung. Aufeinander zugeben. Ausgewogenes Geben und Nehmen. Dafür sorgen, dass keiner zu kurz kommt. Auch du nicht. Der Herrscher. Da haben wir die Machtposition von Pluto. Es geht darum, dass du eben auch Verantwortung übernimmst. Aber nicht nur für deine Macht, sondern auch dafür, wie du dich fühlst. Was du möchtest. Was dir wichtig ist. Wir haben die Neuen. Der Schwerter, da ist Befürchtungen drin, Angst drin. Wenn du in deiner Arbeit oder in irgendwas nachlässt oder so, dass das nicht mehr so erfolgreich ist. Oder dass du eben auch mit deinen Gefühlen zu kämpfen hast. Wir schauen mal. Was haben wir am Sonntag? Zehn der Schwerter. Du hast deine Erfahrung gemacht. Die vier der Stäbe ist eine solide Basis. Und der Hierophant. Beziehungen sind wichtig. Aber damit sind natürlich nicht nur die geschäftlichen Beziehungen wichtig, sondern auch die privaten. Das Miteinander. Der Hierophant steht auch in Beziehung zu dir. Also, dass du, wie du mit dir umgehst gedanklich. Wie du über dich denkst und wie du mit dir gedanklich auch sprichst. Das ist wichtig. Das muss man von Zeit zu Zeit mal beobachten und vielleicht korrigieren. Damit man mit sich selber besser redet. Nämlich wie mit einem guten Freund oder einer guten Freundin. Da haben wir den Mond. Da liegt so ein bisschen was im Argen. Vielleicht hast du deine Gefühle viel zu oft nach hinten gedrängt. Vielleicht bist du diese Gefühle übergangen. Und jetzt so, ich sag jetzt mal, beim sensiblen Weihnachtsfest, wo man sentimental wird, zurückblickt und so weiter, kann diese Gefühlswelt nach vorne rücken. Und es ist auch wichtig, dass man das nicht ignoriert, sondern dass man sich darum kümmert und zurückblickt natürlich und sagt, was habe ich vielleicht vernachlässigt? Wo habe ich einfach meine Gefühle hinten angestellt und bin nur der Pflicht nachgekommen? Es ist gut, der Pflicht nachzukommen. Aber auch Gefühle haben ihre Priorität, weil die Pflicht übst du ja aus, damit du dich gut fühlst. Und wenn du dann die Gefühle vernachlässigst, das ist dann so ein bisschen paradox. Also es ist wichtig, mein lieber Steinbock, auch an Weihnachten, Sensibilität, Sensitivität und die Rückschau zuzulassen, um heilen zu können, um Dinge besser machen zu können. Du kannst es auch ganz sachlich sehen. Du kannst über deine Gefühle reden. Das ist möglich an diesem Weihnachtsfest, weil eben Neptun hilft und Merkur. Deine Erfahrungen vielleicht mitteilen. Vielleicht von Dingen erzählen, die du erlebt hast, damit dein Gegenüber dich besser versteht. Und umgekehrt kann das natürlich auch sein. Manchmal ist es auch gut, einfach zuzuhören, jemand anderem seine Zeit zu schenken. Wir haben auf jeden Fall sehr viel heilende Energie da drin. Wir haben auch Verantwortung da drin. Denn du bist dir selber gegenüber genauso verantwortlich wie anderen gegenüber. Und ich hoffe, dass diese Sensibilität eben an diesem Wochenende rauskommt und dass deine Gegenüber merken, dass du eben ein sehr sensibler Mensch bist. Ich wünsche dir ein schönes, wunderschönes, friedvolles Wochenende, Weihnachten natürlich, eine schöne, liebevolle Umgebung und dass du dich so richtig wohlfühlst und regenerierst. Wenn du magst, sehen wir uns am Montag wieder. Bis dahin. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Wassermann. Wir sind beim Weihnachtswochenende, 24. und 25. Dezember 2022. Sonne, Venus, Merkur, Pluto und der Mond befinden sich im Steinbock. Damit eine sehr sachliche Energie, was für dich als Wassermann auch eigentlich ganz gut ist, weil du es mit so, ja, Gefühlsduselei nicht unbedingt so hast. Sei mal ehrlich, ja. Wir haben aber auch Neptun in den Fischen. Das macht sensitiv und man geht natürlich liebevoll miteinander um. Man kann aber auch gut über Dinge sprechen. Das ist schon mal sehr schön. Was uns die Kraft raubt, ist der Mars in den Zwillingen rückläufig und das spürst du auch schon seit einiger Zeit. Und ich hoffe, du hast dich dem ein bisschen angepasst. Wir haben Saturn im Wassermann. Das heißt, du verfolgst deine Ziele weiter, auch wenn es länger dauert und du einen langen Atem brauchst. Das ist sehr schön. Wir haben auch am Sonntag ab Viertel nach acht den Mond im Wassermann. Und das bedeutet eben, dass du dich in deiner Energie auch bestätigt siehst. Der Jupiter ist im Widder und kann ein bisschen Eigensinn fördern. Es kann auch sein, dass man ein bisschen hochmütig rüberkommt. Da muss man aufpassen, kann dir aber natürlich auch im Umkehrfluss begegnen, selbstverständlich. Was haben wir jetzt für den Wassermann am heiligen Abend? Veränderung, Transformation, Uranus. Zehn der Stäbe, die Pflicht natürlich. Das, was man tun muss und ein, ich denke mal, sensibles Gefühl. Weihnachten ist ja etwas mit Erinnerung. Man wird sensibel. Man schaut zurück. Nostalgie. Man wägt die Prioritäten ab. Was ist mir wichtig? Das Gefühl meldet sich, ob du das jetzt gerade gebrauchen kannst oder nicht. Man wird sensitiv. Man wird wirklich hochsensibel. Und da kannst du auch nicht so viel gegen machen. Vielleicht setzt du die Pflicht davor, um diese Dinge eben nicht so aufkommen zu lassen. Glaub mir, Weihnachten wird dich auf jeden Fall ein bisschen berühren. Am Sonntag liebevolles Entgegenkommen. Page der Kelche. Manifestation. Da sind die guten Ideen des Wassermanns, die er nicht immer sofort so den anderen verständlich machen kann. Da muss man sich auch ein bisschen bremsen vielleicht. Es geht darum zu entscheiden, wie geht es weiter? Was mache ich? Wo will ich hin? Was will ich erreichen? Auch als Wassermann natürlich. Das kann auch in Beziehungen sein. Wie gehe ich voran? Vielleicht spreche ich mit meinen Gegenübern. Vielleicht habe ich Ideen. Vielleicht kann ich auch mit Hilfe, Unterstützung und so weiter Veränderungen vornehmen. Was nehme ich mir vor? Und wie gehe ich mit diesen Prioritäten, mit diesen Gefühlen um? Und da haben wir die Disziplin. Wir haben ja sehr viel Steinbock-Energie. Ich denke mal, dass du an deinen Zielen arbeitest, dass du nach Wegen suchst, wie jeder andere auch, voranzukommen. Vielleicht in Gesprächen mit anderen, Manifestationen, dass du überhaupt Entscheidungsmöglichkeiten hast. Vielleicht besprichst du das auch. Und vor allen Dingen ist wichtig, dass du deine Gefühle nicht hinten anstellst. Sie sind das Wichtigste, denn sie treiben dich an. Sie fördern deinen Ehrgeiz, sie fördern dein Wohlbefinden. Und deswegen sind Gefühle auch wichtig. Und sie melden sich gerade an Weihnachten. Und dann ist es auch wichtig, dass man sich um diese Punkte kümmert. Sowohl um das, was man erreichen will, als auch um das, was man innerlich spürt. Und vielleicht ist dann auch die Rückschau auf das bisherige Jahr so ein bisschen, was ist gut gelaufen, was nicht so gut, was kann ich besser machen. Die gehen ja immer von uns aus und versuchen dann nach außen hin auch zu zeigen, dass wir uns selbst verbessern können. Sei es ein Job, sei es privat. Und ich denke, dass du da ein paar gute Ideen entwickelst, die jetzt vielleicht mit Mars rückläufig noch nicht so umsetzbar sind. Das Ganze ist auch noch bis zum 12. Januar so mit der Mars rückläufigkeit. Ab 29. Dezember wird Merkur rückläufig und das bis zum 18. Januar. Das heißt, ein Startschuss oder ein Beginnen wäre wahrscheinlich eher im Nachhinein nach diesen Daten möglich oder ich sage mal nicht so schwierig. Und vielleicht ist das eine Überlegung, die du an diesen Feiertagen triffst, wo du dir überlegst, wie gehe ich weiter vor. Und das ist sehr schön und wie gesagt, in, ich sage jetzt mal, sehr liebevoller, familiärer Atmosphäre kann man diese Gedanken vielleicht auch miteinander teilen. Ich wünsche dir ein schönes, friedvolles, harmonisches Weihnachtsfest. Und wenn du magst, sehen wir uns dann am zweiten Weihnachtsfeiertag, dem Montag, wieder. Bis dahin. Ein herzliches Willkommen, liebe Fische. Wir sind beim Weihnachtswochenende, 24. und 25. Dezember 2022. Sonne, Venus, Merkur, Pluto und der Mond befinden sich alle im Steinbock. Das ist eine eher sachliche Energie, die aber auch dich als sehr sensitives Wesen auf den Teppich holt, auf den Boden der Tatsachen. Kann gut sein, kann dich auch ein bisschen stören natürlich, aber wir haben Sensitivität und gute Gespräche an diesem Weihnachtswochenende durch Merkur im Steinbock und Neptun in den Fischen. Also man kann gut Dinge klären, aufeinander zugehen und liebevoll miteinander umgehen, was ja schon mal sehr schön ist. Ein Manko ist natürlich, dass uns Mars in den Zwillingen weiterhin die Energie raubt und zwar bis zum 12. Januar. Das ist noch eine ganze Weile, also sollte man sich auch nicht übernehmen, zu viel vornehmen oder vielleicht auch zu viele Ideen versuchen umzusetzen. Ja, wir haben Jupiter im Widder, nicht mehr in den Fischen, aber wir haben Neptun in den Fischen, was für Frieden sorgt. Und natürlich kann man auch damit arbeiten, man kommt voran, man will ja was erreichen. Wir haben am Sonntag dann den Wechsel des Mondes gegen Viertel nach Acht in den Wassermann, was auch zur Selbstverwirklichung beiträgt, zu guten Ideen. Und vielleicht hilft ihr das dann auch. Neptun und Merkur arbeiten aber dabei daran, dass man wirklich sehr liebevoll miteinander umgeht. Was haben wir jetzt am Heiligabend für den Fisch? Das sind noch einige Pflichten zu erledigen. Schnelle Energie, Überraschungen oder vielleicht auch, naja, schnelle Energien plötzlich und unerwartet. Wir haben den König der Stäbe, da ist der Jupiter drin vielleicht und die Zwei der Kelche. Es könnte also sein, dass du während du deine Pflicht vielleicht irgendwo ableistest, vielleicht musst du arbeiten oder du bereitest das Weihnachtsfest vor, kann plötzlich und überraschend Besuch kommen und jemand mit dir ein Gespräch führen wollen. Oder du betriffst jemanden oder es gibt eine Überraschung und man ist wirklich auch in Leidenschaft verbunden. Auch das wäre möglich. Es ist sehr sensitiv, sehr gefühlvoll und mit Wider natürlich auch relativ feurig. Die Entscheidung liegt natürlich bei dir, ob du das möchtest oder nicht, ja. Die Zähne der Stäbe besagt aber, da gibt es noch was zu tun, bevor das dann stattfinden kann. Aber es gibt wahrscheinlich eine Überraschung. Das ist ja schon mal spannend. Am Sonntag haben wir die Fünfte der Kelche. Die Fünfte der Kelche, da haben wir Bedauern, da haben wir auch die Zwei der Kelche. Wir haben eine solide Basis mit den Vier der Stäbe und wir haben Freundliches entgegenkommen. Also man ist dir wohlgesinnt oder du bist anderen wohlgesinnt und man denkt an früher natürlich. Dass man eben die Vergangenheit nochmal anschaut, rückbezüglich sieht, wie das Jahr so war und ob das so gut war oder nicht so gut. Hier ist auch ein gewisses Bedauern drin. Das kann natürlich bedeuten, dass in Bezug auf diese Überraschung möglicherweise eben gewisse Dinge nicht so sind oder nicht so umsetzbar sind, wie man sich das vorgestellt hat. Oder man eben hier mit den umgefallenen drei Kelchen etwas nicht mehr aus der Welt schaffen kann. Das ist durchaus möglich, aber es gibt eine solide Basis, einen guten Background. Du bist nicht alleine. Du hast Unterstützung auch in der Vergangenheit oder Menschen, die du schon lange kennst, stehen dir zur Seite. Und ich denke mal, dass es vielleicht auch jemanden gibt, den du lange nicht gesehen hast, der plötzlich auftaucht. Oder es ist jemand, mit dem du, naja, vielleicht auch nicht so gut mehr klarkommst. Aber man ist sich wohlgesonnen, man ist friedvoll miteinander. Man kann über die Dinge reden, man kann auch über das reden, was man bedauert, was nicht so gut funktioniert hat. Aber du bist dir sicher, du bist solide, das sollte dich natürlich nicht in deinen Grundfesten erschüttern. Und du solltest auch nicht alles über einen Haufen werfen, ganz bestimmt nicht. Freundlich entgegenkommst, sachlich, aber auf dem Teppich bleiben. Und dafür oder dabei hilft eben auch die Erdenergie, dass man jetzt nicht plötzlich alles verändert und plötzlich alles stehen und liegen lässt. Und ich wünsche dir natürlich ein friedvolles, harmonisches Weihnachtsfest für dich und deine Lieben. Und vielleicht sehen wir uns dann ja am Montag wieder. Alles Liebe und bis dann. Das letzte Adventskalendertürchen, der 24. Dezember 2022. Ja, der Adventskalender ist dann leer, wenn man einen Schokoladenadventskalender gegessen hat sozusagen. Wir wollen aber natürlich schauen, was wir haben und wir schauen nicht nur für heute, wir schauen für Weihnachten. Der 24., der 25. und der 26. Und wir wollen nachher auch schauen, wie diese Energien zusammenwirken. Schauen wir uns das mal an. Für den 24. haben wir Kontrolle. Wir haben ja sehr starke Steinbock-Energie. Kontrolle ausüben, ja. Und Kontrolle, haben wir schon mal drüber gesprochen, ist nicht wirklich etwas, was man unbedingt immer ausüben sollte. Man sollte sich unter Kontrolle haben, man sollte jetzt keine, ich sag jetzt mal, Ausbrüche haben oder so, dass man tobt oder so. Da sollte man sich unter Kontrolle haben. Aber man sollte nicht andere versuchen zu kontrollieren. Es geht darum, Kontrolle abzugeben. Und wann man und was man kontrollieren kann und darf, ja. Andere zu kontrollieren ist nicht so eine Sache, ja. Natürlich sollte man sich auch nicht kontrollieren lassen, ja. Das haben wir ausgiebig besprochen. Und du solltest auch für dich selbst und auch für deine Umgebung natürlich, aber in erster Linie fangen wir immer bei uns selbst an und schauen, inwieweit wir vielleicht der Kontrolle anheim gefallen sind. Entweder, dass wir selbst versuchen zu kontrollieren oder kontrolliert werden und wie wir uns daraus befreien können. Das ist der Heiligabend. Man ist natürlich liebevoll miteinander, aber vielleicht hat man sich auch, naja, zu schnell irgendwo unter die Fittiche begeben. Was haben wir jetzt am ersten Weihnachtstag? Spiegel. Ja, man bekommt den Spiegel vorgehalten oder man hält anderen den Spiegel vor. Wir haben ja auch gute Gespräche an diesem Wochenende. Reflektion ist das Zauberwort. Ich reflektiere. Ich reflektiere mit den Dingen, die waren auch im bisherigen Jahr und ich sollte da auch absolut ehrlich sein. Da könnte auch die Königin der Schwerter liegen, ja. Wie kann man das ändern? Wie kann man das für sich selbst verbessern? Ja. Aber das geht nur, wenn man sich das eben auch eingesteht. Man sollte sich im Spiegel immer wieder erkennen können. Das bedeutet, man sollte sich den, der einen da anguckt, auch anschauen können, ohne mit der Wimper zu zucken. Also man sollte da eben vielleicht ein bisschen nachdenklich sein. Ich meine, wir sind ja sensibel an Weihnachten. Wir schauen uns an, was war, wie die alten Weihnachten waren, die wir früher erlebt haben, wie es heute ist. Vielleicht sind wir auch manchmal zu sehr im Anspruchsdenken verhaftet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich spüre an Weihnachten die Schmerzen auch, die ich das ganze Jahr über verdränge. Und ich denke, es geht einigen auch so. Und wir sollten uns das ruhig eingestehen, wenn wir etwas Schmerzvolles erlebt haben, und das sind sicherlich die einen oder anderen Sachen, dann kommt das an solchen Tagen ganz besonders zum Vorschein. Und das dürfen wir auch. Wir sollten natürlich nur nicht versuchen, andere zu verändern. Wir können immer nur uns selbst verändern. Vielleicht will man auch nach außen hin gut dastehen und will sich keine Blöße geben, aber im Spiegel sieht man dann doch, was dahinter steckt. Aber wie gesagt, das geht eben nur um einen selbst. Man kann nur selbst etwas verändern. Man kann nicht andere Menschen verändern. Das ist ein Spiegel der Kontrolle vielleicht auch. Ein Spiegel, was wir verbergen auch vor den anderen und ob sich das immer so lohnt. Kommen wir zum zweiten Weihnachtsfeiertag. Nähe und Distanz. Das hat sehr viel auch mit Kontrolle zu tun und auch mit dem Spiegel. Ja, wir schauen mal. Sehr schön, sehr schön. Nähe und Distanz. Ob wir Nähe zulassen können oder wollen. Distanz ist, Freiheiten zu geben, nämlich keine Kontrolle auszuüben. Und auch Freiheiten zu haben und sich nicht kontrollieren zu lassen. Ist das wirklich so? Ja. Also, es geht darum, dass man eben Vertrauen hat in sich selbst, in andere, in die Situation. Gut, manche Situationen, denen kann man nicht vertrauen. Aber wenn man weiß, dass man selbst auch, ich sage mal, in einem gewissen Maße für Dinge sorgen kann, dann kann man da auch sagen, ich kann da halt nichts dran ändern, aber in meinem kleinen Kreis kann ich etwas daran tun. Der Spiegel sagt uns, übe ich Kontrolle aus. Welche Kontrolle kann ich ausüben? Und hier gewisse Dinge, von denen muss ich mich distanzieren, weil ich keine Kontrolle über sie habe. Und wie gesagt, was die Mitmenschen betrifft, haben wir eh keine Kontrolle. Auch nicht darüber, ob sie reden, ob sie was tun, was uns ärgert und so weiter. Wir haben einfach diese Kontrolle nicht. Nähe und Distanz kann natürlich auch Trennung sein zwischen zwei Menschen, die sich nah waren oder näher kommen, wo man noch nicht genau weiß, wo es hinführt oder ob diese Nähe wiederhergestellt werden kann. Nähe und Distanz bedeutet auch, ich gebe dir die Freiheit, selbst zu entscheiden. Und das ist eigentlich der größte Liebesbeweis, den man jemandem geben kann. Wenn man jemanden versucht zu kontrollieren, dann ist man egoistisch, weil man den anderen in der Hand haben möchte und vorbestimmen möchte, wie er oder sie handelt. Und das musst du dir eingestehen, damit du was daran ändern kannst. Die Distanz ist wichtig, um sich selbst wiederzufinden, um sich selbst im Spiegel wiedererkennen zu können und auch die Dinge aus einer gewissen Distanz betrachten zu können. Es geht nicht immer darum, den anderen zu korrigieren. Es geht vor allen Dingen darum, sich selbst zu verbessern, sich weiterzuentwickeln. Es geht nicht darum, anderen das aufzulegen oder dass andere die Lücken in uns füllen. Wir müssen diese Lücken selbst füllen. Wir müssen Verantwortung übernehmen für uns. Und wir müssen selber entscheiden, wie wir mit den Dingen umgehen. Und ich sage jetzt mal, wenn jemand sich vorstellt, dass eine Beziehung die Wunden heilt, die man hat, das ist Quatsch. Die Wunden müssen wir selber heilen. Und am besten, bevor wir in eine neue Beziehung gehen. Denn sonst nehmen wir sie mit. Und dann wollen wir Kontrolle ausüben, dass uns das ja nie wieder passiert. Das müssen wir uns eingestehen. Das müssen wir uns klar machen. Das ist die Arbeit, die wir an uns selbst vollziehen sollten. Wir sollten uns selbst immer wieder hinterfragen, gehe ich mit mir liebevoll um? Gehe ich mit anderen liebevoll um? Warum versuche ich Kontrolle auszuüben? Kann ich Nähe und Distanz aushalten? Es gibt ja auch Menschen, die die Nähe nicht zulassen können, weil sie vielleicht so verletzt und so gekränkt sind, dass sie das nicht schaffen. Weil sie Angst haben. Sie haben sich dann nicht mehr unter Kontrolle. Also es ist tatsächlich so, dass man mit sich selbst, der Spiegel ist das eigene Selbst, dass man mit sich ins Reine kommen sollte. Und das muss man immer mal wieder versuchen. Und vielleicht gerade die Sensitivität, die jetzt an den Weihnachtsfeiertagen vorherrscht, kann dazu führen, dass man sich selbst besser erkennt. Und dass man auch weiß, was man braucht. Und wenn man sich selbst gut kennt und weiß, was man braucht, dann geht auch die Kontrolle einfach so. Ich sage jetzt mal die Kontrolle über andere. Die Kontrolle über sich selbst bleibt natürlich bestehen. Aber man versucht nicht, andere zu kontrollieren, sondern man übernimmt Verantwortung für sich selbst und kann Nähe und Distanz bestimmen. Dazu kann man dem Gegenüber jeweils sagen, was man braucht. Aber das geht eben immer nur, wenn man weiß, wer man ist, was man will und was gut für einen ist. Denn nicht immer ist das, was wir wollen, gut für uns. Die Kontrolle ist nicht gut. Es gibt zum Beispiel, die Jungfrau ist so ein Sternzeichen, auch der Steinbock, die möchten gern die Kontrolle, weil es Macht bedeutet und weil es eine Sicherheit gibt. Die möchte ich aber in Anführungsstrichen stellen, weil es gibt keine wirkliche Sicherheit. Und deswegen ist es so wichtig, sich das klarzumachen und sich immer wieder den eigenen Spiegel vorzuhalten. Wie würde ich reagieren, wenn mich jemand kontrollieren will? Wie würde ich reagieren, wenn mir jemand so sehr auf die Pelle rückt, dass ich nicht mehr weiß, wie ich heiße? Oder vielleicht auch versucht, Kontrolle auszuüben, mich von anderen zu distanzieren. Also solche Dinge gibt es auch. Und deswegen ist es wichtig, im Spiegel immer zu erkennen, wer man ist. Meine Lieben, ich wünsche euch ein traumhaft schönes Weihnachtsfest, gute Erkenntnisse, gutes Erkennen. Und dass du den Menschen im Spiegel immer wieder mit Wohlwollen betrachtest und das Äuglein klipst, dass du sagen kannst, wir schaffen das. Ich wünsche euch alles Liebe und bis bald. Ich wünsche euch alles Liebe und bis bald. Und bis bald.